Hallo, herzlich willkommen beim Moos Biker Treff. Wir haben heute Sonntag und zwar den vierten Sonntag im Monat. Da findet bei uns immer ab 9 Uhr morgens unser Oldtimer Treffen statt. Der Platz ist wieder voll, das Wetter ist toll, die Leute haben gute Laune und die Stimmung ist bombastisch. Ob alt, ob neu, hier kommen alle möglichen Fahrzeuge, die man aus unserer Jugend kennen. Und es ist natürlich hochinteressant, mal wieder die Autos zu sehen, VW Käfer, Opel Cadet B oder auch Forst Mustang, wo man einfach sagt, die haben wir 20 Jahre nicht mehr im Straßenverkehr gesehen. Hier kommen die heute hin und es ist sehr viel Bewegung. Hier ist wunderschönes Wetter heute, das gehört natürlich dazu. Auf 19.000 Quadratmeter asphaltierte Fläche amüsieren sich heute die Fahrer und die Fans dieser Benzinjäcken. Leute, hier gibt es Autos, die sind besser, wie sie aus dem Werk gekommen sind. Und es ist hochinteressant, hier mal diese Fahrzeuge der letzten 30, 40, 50 Jahre zu sehen. Und man hat immer nette Gesprächspartner, die einfach sagen, wo das Auto herkommt, wie alt es ist und was sie daran verändert haben. Es gibt hier wirklich Fahrzeuge, wo man sagt, wundert man sich, wo die aus Krefeld oder am Niederrhein überall stehen, in welchen Garagen. Man sieht sie nicht, aber am vierten Sonntag im Monat, zwölfmal im Jahr, ist hier großes Showlaufen für alle Leute, die für Oldtimer Interesse haben. Wenn man hier so sieht, was so alles kommt, dann sieht man, wie vielfältig und von wo die Leute überall kommen. Am 20. September haben wir hier Ford Classic Treffen. Da sind nur Ford-Fahrzeuge bis Baujahr 85 eingeladen. Für alle, die mal ein Ford Capri gefahren haben, hier kann man das Modell nochmal sehen.